Musik Zeh, ja, Spoma. Jetzt wollen Sie der Wald total neu machen. Schkeucht? Ja, zehn neue Hütten. Gute Feuchte. Ja, weißt du, was das für eine Arbeit ist? Ja, weißt du, was da dauert, bis das alles angebrückt ist? Und dann das ganze Material weggefahren. Ja, weißt du, wie viel Sie da Schunkraten brauchen? Ja, da brauchen Sie einmal 20 Schunkraten. Darunter kommen Sie nicht weg, nicht? Ja, da ist Arbeit. Ja, gut, danach brauchen Sie auch einen Haufen Arbeit, darum Sie gesagt. Tausend Stück, nicht? Ja, weißt du auch brauchen. Wirst du allein einmal die ganzen Fenster zu putzen? Warte einmal, warte einmal. Ganz letztlich ging das nicht, weil da können einige noch für den Sagendall mit dem Busch-Stadu ausgefahren, da inkaufen gehen. Was halt tut Sie gern? Müsse ich sie nicht ausgefahren. Na, na, kann sie da hinten aussteigen? Kann über die Straße gehen? Da sind auch 40 Jahre herunter, weil auch den Vogeln keine mehr. Helge geht auch ganz gut. Und dann kann sie den ganzen Tag da miteinander... Und wenn es ganz gut geht, dann findet die nicht mehr heim. Wenn mich an der Frage. Aber mich fragt ja keiner. Und wenn ich es item enam-halb,